Das ist pure Freude, zum Beispiel. Und das hier? Wut. Wir wollten schon immer wissen, wie wir eigentlich von außen aussehen. Welche Mimik drückt was aus? Was ist warum lustig? Wann spielen wir eine Rolle? Und wie sollen uns andere sehen? Wie wollen wir uns darstellen und welche Perspektive macht uns größer, interessanter? Vielleicht auch ehrlicher. Jetzt wissen wir es. Die einzige Frage, die bleibt, wer von uns beiden macht eigentlich die besseren Schlabberfotos? Musik 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 Jetzt hatten wir ein Problem. Die zweite Staffel fing an und wir hatten keine Ahnung wie wir vorgehen sollten. Doch es war ein Stuhl. Panasonic war am Start. Wir können Camerolympics weiter produzieren. Und wir hatten jetzt noch jemanden an Bord, der uns helfen wird. Adobe. Erneut werden mein Bruder und ich uns mit Kameras duellieren. Erneut wird die Community bestimmen, wer gewinnt. Wir haben eine neue Base bezogen. Das war sechs Jahre her, seit ich in einem Büro gearbeitet habe. Sieht vielleicht nicht noch viel aus, aber es ist unseres. Das ist unser Büro. Fühlt sich an wie zu Hause. Hehehe! Oh, Feuerwasser, auch sehr gut. Ich fühle mich jetzt ein eigenes Büro, oder? Ich fühle mich jetzt schon wie zu Hause. Wie war's, ey? 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 Das ist das Geschenk gekauft, Alter. Oh Gott, nein! Oh Gott, gruselig, ne? Ich dachte darüber nach, was wir bisher gelernt haben. Jede Folge war mit jedem neuen Thema ein Sprung ins kalte Wasser. Wir waren wirklich sehr dumm, als wir die Lumix Kameras in die Hand bekamen. Seltsame schwarze Kästen zum Licht einfangen und Zeit einfrieren. Keine Ahnung, wofür diese vielen Dättchen und Knöpfe sind. Zick, Menüpunkte, tausende Einstellungsmöglichkeiten. Bisher hatten wir Kameras da als automatisch, da musstest du einfach nur zoomen. Aber das hier... Oh! Noch kurz Biss. Das hier war eine völlig neue Welt für uns. Und jetzt Schlabberfotos. Es kann gut sein, dass das unsere bisher größte Herausforderung wird. Werden Leute brauchen. Ich sage es, dass sie zu sch ajuckern können. Ich habe es dir schon mal, über die 앉は... Mit der Maschine und die Frage. Und ich habe es einenraschlichen Dättchen. Ich habe es wieder... Und wir haben gemerkt, dass wir ab und zu diesen Gong brauchen. Doch nicht jetzt! Jetzt ist es viel zu früh. Wann denn? Jetzt. Okay, das war der Gong-Gag. Der Gong-Gag ist jetzt genau hier, nach dem Recap. Guck mal, was haben wir denn eigentlich alles? Was muss denn eigentlich alles noch rein? Also erstmal, wir müssen eigentlich auch klären, warum wollen wir überhaupt schlabbern? Was soll denn das Ganze? Also schlabber ist klar, das ist das Thema, aber wir müssen irgendwo erklären, wir sind hier und wir haben noch ganz erklärt, warum wir schlabbern wollen. Das ist Ian, wie er schnick- schnack- schnuck spielt. Und das bin ich, wie ich schnick- schnack- schnuck spiele. Das hier ist Ian, wie er diese Sendung hier gerade fertig macht. Und so arbeite ich. Wir suchen seit Ewigkeiten nach einem Weg, einem Stil, uns ehrlich vor der Kamera zu zeigen. Und das passiert am besten, wenn wir gar nicht mitbekommen, dass wir vor der Kamera sind. Schlabberfotos. Dabei geht es eigentlich darum, die Kontrolle abzugeben und nicht zu versuchen, besonders wütend, attraktiv oder glücklich zu wirken. Wer schlabbert, kann sich nicht hinter einem Lachen verstecken, lässt die Muskeln ruhen und die Natur und den Körper einfach mal machen. Beim Schlabbern entstehen die absurdesten Bilder von einem selbst. Irgendwie einzigartig, nicht kopierbar, vollkommen natürlich. Und es ist unfassbar, was da manchmal für Fotos dabei entstehen. Wir wollten schon lange ein professionelles Fotobuch mit Schlabberfotos machen. Und mit dieser Episode wollen wir lernen, wie wir sie machen. Und wenn es dann gut läuft, würden wir es gerne fair produzieren und zum Verkauf geben. Das nennen wir dann einfach Schlabbern für eine bessere Welt und spenden den Erlös an Institutionen wie die Deutsche Depressionsliga. So, das sind Schlabberfotos. Was, ganz kurz, was habt ihr jetzt für Equipment hier? Seid ihr jetzt irgendwie, habt ihr auch die gleiche Kamera? Ja, wir benutzen die gleiche Kamera heute. Aber unterschiedlich, weil ihr unterschiedlich talentiert seid? Ja, das ist es. Ich nutze mich. Wir sind sehr unterschiedlich talentiert. Aber kann er das überhaupt ein bisschen? Von dir weiß ich ja, dass du das eigentlich ganz gut kannst. Mach ich zuerst, ja, ne? Ja, pass auf, finde ich, erklär doch mal kurz, was Phase ist, oder? Wir beide sind hier, Cameron Olympics Episode 4, Schlabberfotos. Ian und ich werden jeweils von dir ein Schlabberfoto machen. Irgendwo, wo du dich wo fühlst, irgendwo hier. On your ground sozusagen. Und das wird dann von der Community gevotet. Neben noch vier weiteren Fotos. Du bist sozusagen der Einzige, von dem wir beide jeweils ein Foto machen. Du bist das einzige gemeinsame Motiv. Also wahrscheinlich, vielleicht durch Zufall noch. Aber wir versuchen das zum Gehen. Und das Deal ist einfach, wir fangen an, Ian fängt jetzt an, wir machen erstmal ein Foto ohne Blitzlicht. Dann mache ich ein Foto ohne Blitzlicht. Und dann haben wir noch genug Zeit und du musst da vielleicht noch eins mit Blitzlicht. Okay. So, ich mache jetzt mit Budi 1 und Budi 2 Schlabberfotos. Wir schlabbern für Mental Health. Die beiden machen ein Buch, darf ich das schon sagen? Ja, kann so sein. Die beiden machen ein Buch mit Schlabberfotos, denn Schlabbern ist im Grunde der entspannteste Zustand. Jetzt gerade in dieser Zeit wichtiger denn je, dass man mal richtig rauskommt, ein bisschen entspannt ist und mal wieder locker lässt. Weil es ist so eine angespannte Zeit. Dafür machen wir heute Fotos, daraus kommt ein Buch. Dann wird das ganze Geld gespendet und geht an die Depressionsliga. Die beiden kümmern sich um alles, jetzt müssen wir ja erstmal in den entspannten Zustand kommen. Hier ist der entspannteste Ort im Klimasland und Ian macht ein Foto. Von welcher Seite ist es geiler? Von der anderen, oder? Äh. Was denkst du? Hier sieht es auf jeden Fall mehr nach Unfall aus. Ja, ne? Magst du dich mal hier einen Stellen finden? Klar. Mal gucken. Hey, nicht so schnell, ne? Er braucht nicht so lange wie du. Schnauze! Lass mal hier einen Test machen, Finn. Boah, bist du groß, Alter. Ja, wie gesagt, ich kann dir auch entgegenkommen. Geh mal in die Hocke. So? Ja, machen wir mal. So oder so? Kannst du so schlauern? Geht das? Ich kann in jede Richtung schlauern. Ja, kennst du dich mit der Theorie des Schlammers aus? Pure Entspannung vielleicht? Ja, also du musst wirklich so. Ja, locker. Und bestenfalls deine Augen auch. Die sind auch schläftig, weißt du? Und vorher ist es gut, wenn du so machst. Nicht lachen, nicht lachen. Aber auch in random Bewegungen hoch und runter. Nicht nur seitlich. Okay, muss aber rassig ganz hin. Geh mal kurz. Geh mir nochmal Schärfe geben. Ja, ja, ja. Versetze dich in den mentalen Schlabberzustand. Oh Gott, ich werde gleich richtig schlabbern. Eins, zwei, schlabbern! Oh, zu gut! Ich habe mich zurückgeschlabert. Ich muss mal kurz gucken, ob da was geworden ist. Der ist nicht schlecht hier. Oh Gott, du auch. Oh Gott. Oh, schöner Mund hier. Guck dir den Mund an. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich darf es doch nicht sehen, oder? Achso, warte mal. Er darf noch nicht gucken. Ja doch, wir kommen ran. Ich muss nur, es braucht dich noch ein bisschen größer und den Hintergrund. Ich habe auch meinen Schlabberhut mit, den ich immer trage, wenn ich Schlabberfotos mache. Noch ein bisschen hier anfangen. Ich kann so keine Schärfe ziehen. Finde ich braucht eine Schärfe. Ja, warte, ich höre jetzt auf, warte. Kann ich mein Telefon gegen dein Knie legen? Nicht mehr bewegen. Doch, ich muss mich nicht mehr bewegen. Ich muss mich nicht mehr bewegen. Das ist nicht der richtige Winkel hier. Ich muss noch weiter nach rechts. Du hast genau auf der Kamera. Das ist doch Kacke, Mann. Hör auf jetzt. Ich kann mich nicht um den Scheiß hier kümmern. Doch, du musst filmen und fotografieren gleichzeitig. Ich muss deine ganzen Fähigkeiten von damals hin, die ich dir beigebracht habe. Ah, scheiße. Ist egal, komm. Okay, Finn. Moment. Ich glaube, so kann ich nicht schlabbern. Ich brauche vielleicht ein anderes Outfit, aber okay. Go! Aua! Das ist richtig. Das ist richtig. Jo. Hahaha. Danke, Alter. Da müsste was dabei gewesen sein. Ich check mal. Uh. Was? Oh nein. Darf ich schon sehen oder nicht? Oh nein. Nee. Das ist noch nicht. Oh Mann, Alter. Ey, die Idee ist, wenn ihr es lustig findet, ist jeder... Oh Mann, ey. Oh, der ist geil. Oh ja. Oh Gott. Oh nein. Da kommt der Teufel raus. Wie sieht der Hafe aus, Alter? Ja, cool. Du kannst besser schlabbern, als ich dachte. Danke, Mann. Ich bin durch. Ja? Ich bin durch. Wie geht es deinem Gehirn? Alles super. Vielen Dank, Mann. Ich bin entspannt. Vielen Dank. Sehr gerne. Oh nein, bist du echt schon durch? Ich bin durch. Okay, geil. Hey, ich hab mal ein Bruder. Mua! Ich finde es auch gut, dass ihr beide Brüder seid. Ja, ne? Ja, weil dann ist der Hass für das andere Erfolg viel größer. Scheiße, Mann. Jetzt hab ich schon wieder Angst. Wo willst du denn machen? Ich würde tatsächlich gerne eigentlich hier vorm Baum. Das wird zu dunkel sein, ja. Schlabbern, bitte. Gut. So, ihr beiden. Genau. Ihr stellt euch mal ganz gemütlich hier hin. So, jetzt schlabbern, bisschen locker. Genau. Einmal Schärfe ziehen. Bin nicht soweit. Einmal stehen bleiben, bitte. Und los geht's. Dankeschön. Stopp. Jetzt bitte nur Finn. Dankeschön. Und nur Antje. Danke. Seht's gut? Gib richtig Gas. Ja. Richtig Gas. Ja, ist gut. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr gerne. Oh, das ist doch ... Guck mal, Alter. Oh nein, das ist gut. Oh Mann, ey. Ich will sehen. Alter, der Teufel. Ich will sehen. Ja, das ist echt. Was ist das für eine Fresse? Das bist du, Finn. Ja. Oh Gott, ich weine. Ja. Ja. Kann sein. Meine läuft noch nicht. Doch, läuft. Ja, das ist aber ... Oh je, ey. Ich hab überhaupt keine Ahnung, Mann. Los, mach jetzt. Ja, leck mich. Ja, das sind die Blitzen. Zwei Stück. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sind sehr große Blitzen. Sehr, 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 sehr große Blitzen. Nee, falsches Lächeln, Mann. Oben. Ja, weißt du doch. Nee, 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 nee. Ich hab Angst. Ja, vorsichtig, Mann. Oh. Boah, ich schwitze hier wie nix. Das ist Angstschweiß. Ja, wirklich jetzt. Ich hab einfach Angstschweiß. Und das hast du gestern Nacht probiert, oder was? Ja, bis drei Uhr und ich bin echt verzweifelt. Hat überhaupt nichts funktioniert, Mann. Das ist der Hintergrund, ne? Ach so, du hast einen Hintergrund gebaut. Ich packe hier die 50 Mill drauf, Bro, ja? Cool. Komm, war geil. Hä, was ist denn das für ein Dödel? Nein, 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 nein. Das ist ein Reflektor. Damit reflektiert man das nicht, Mann. Hast du noch nie einen Reflektor in der Hand gehabt? Ja, doch. Aber ich hab gedacht, wo ist denn so ein Fett? Nein. Ich wechsel jetzt das Objektiv. Das ist schon geil, ne? Wie ich überhaupt keine Ahnung von dem allen hab. Timo, hilf mir. Wie, du hast auch keine Ahnung? Wieso? Wieso hast du keine Ahnung, Mann? Ja. Oh Gott. Ich dachte immer noch, wenn das Foto von Finn und Antje, ey. Das ist witzig. So. Dann wollen wir mal einen Test machen. Hast du es schon so aufgebaut, wie du willst? Ja, ich muss jetzt mal gucken halt, ne? Vorsichtig. Keine Gewalt. Hopp. Moment, man muss vorher noch mal ausschliessen. Ist das überhaupt an hier? Dein Gesicht. Ein einziges Targetzeichen. Das sieht ja scheiße aus. Jaaa. Man sieht den Hintergrund. Jaaa. Ausgefressen. Hier, hier, hier. Ist das überhaupt scharf? Nein. Einhundertzwanzigstel. Also ich weiß ja nicht, warum. Oh, hey. Und schlammern bitte. Los, 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 los. Rütt, danke. Nichts recht. Rütt, danke. Hier muss ich. Hier, siehst du? Ja. Ne, der ist schon jetzt aufgebaut. Ja, siehst du? So, der. Ja. Super. Ah, Blitz macht echt schon einen Unterschied, ey. Ja, ja. Sieht schon geil aus. Warum hast du auf einmal Bock drauf gekriegt, dich mal mit dem Zeug auseinanderzusetzen? Hatte ich immer schon. Ich hatte Bock von vor der Kamera weg und hinter die Kamera. Und das ist jetzt Kanolympics und Ian hat mich eigentlich aus der ganzen NHG rausgeholt und jetzt voll Bock wieder machen halt. Geil. Und mein Machen ist halt Videoschnitt halt so machen. Finde ich voll geil. Die Kamera steht halt so. Setzt ihr dann auch manchmal so zuhause und quatscht über irgendwelche coolen Optiken und so? Ja. Die ganze Zeit. Wirklich? Aber für dich ist das der Traum, wa? Ja. Ja, die sind alle so toll. Die 50 Millimeter, die Schneiderkräuter. Oh, das Licht ist ja richtig geil. Da würde ich, glaube ich, was gerne was anderes machen. Ist aber ein bisschen dramatisch, ne? Ist vielleicht auch gar nicht zu schlecht. Also von beiden Seiten gleichmäßig. Soll ich aufhellen? Soll ich das mal versuchen? Hier, aufhellen. Ja, bitte. Ich habe das Gefühl, du spielst mit mir. Du hast viel mehr Ahnung als ich. Ich habe ein paar Gute gesehen, von hier schon. So, Bro, ich würde gerne was ausprobieren. Die will ich mal direkt hinter dich packen. Hat er irgendwas vor, ey? Hat er dich? Nein, ich will nur was ausprobieren. Ach nee, mit Gegenlicht oder was? Also, ey, mal gucken, was passiert hier. Genau. Ready, Finn? Ja. Nimm den hier mal runter in die Hand, bitte. Ja. Darf ich bewegen, oder was? Nimm den in die Hand, bitte. Ach, den in die Hand? Ja. So, jetzt komm mal bitte von... So, Bro, komm mal. Sag mal. Komm mal bitte. Vorsichtig. Während ich mache, ja? Ja. Fange hier oben an. Ja. Gerichtet auf Finn's Kopf. Ja. Und geh währenddessen so ein bisschen runter. Ah, verstanden. Ja, verstanden. Okay, cool. Okay, machen wir mal einen Versuch. Und hoch. Wieder hoch. Danke, Will. Oh, ja, ja. Boah. Oh Gott, das sieht aus, als ob ich richtig starken Oberlippenbart habe. Was? Ey. Ich finde die von unten nach oben geschlammert eigentlich fast am geilsten. Ja. Die Oberlippe. Ja, die macht die Lippe halt richtig den hier so. Aber es sind super Fotos dabei. Kannst du deinen Lacken direkt rein? Ja. Habt ihr gut gemacht. Sehr kreativ. Vielen Dank. Danke, Mann. Ja, ich finde erst mal das Projekt sowieso unglaublich. Nein. Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Ja, schön, Mann. Richtig gut. Es ist einfach, es geht schnell. Es ist für einen guten Zweck. Du schickst sofort, was Message ist. Ja, ne? Ja, ja. Na, genau. Ja, jornalierde Sturgen. Ach squeezing mich Safety. Ja, klar. Ja, 사�uch. Ja, klar. Check, check, test, test. Hallo, herzlich willkommen, lieber Chad. Check, check, test, test. Ach ja, ihr seht euch selbst und jetzt seht ihr uns. Heute ist der 8. Juli 2021. Wir befinden uns an einem geheimen Ort, den nur wir kennen und ihr seid jetzt live dabei, wie ihr hinten uns schnell erkennen könnt, live auf Rocket Beans zu Camerolympics, Episode 4. Na, Bro? Ja, Mann, ja, Mann. Es ist eine besondere Sendung und wenn ihr das jetzt gerade seht, Timo ist heute an der freien Kamera. Dankeschön, Timo. Guten Tag, wir haben hier irgendwas aufgehängt. Wir wissen bis jetzt nicht, was die anderen haben. Hä, was signalisierst du mir? Was ist lauter? Der Ians Sound muss laut, habe ich auch gerade gehört. Sag mal was, Bro. Es ist doch an, oder? Du bist an. Ich habe es an. Soll ich einfach lauter drehen, oder was? Nee. Ich bin in einem Zustand äußerst der Spannung, weil ich wirklich nicht weiß, was du Arsch. Du ärgerst mich auch die ganze Zeit. Du mich auch, Alter. Du hast die ganze Zeit kann so sprechen. Ich fahr mal nach Buckingham und ich hab da ein Shooting. Ich bin sehr gespannt, was du für Fotos hast. Deine hängen hier schon. Meine liegen da unten am Boden. Ich muss mir jetzt wie bei Yu-Gi-Oh! quasi überlegen, was setze ich gegen dein Erstes und gegen dein Zweites. Ich muss strategisch vorgehen. Das ist Runde 1, da ist Runde 2. Wir waren bei Frank Kliemann im Kliemannsland und haben dort die Sendung erklärt und wir haben beide ein Schlabberfoto von ihm gemacht. Das haben wir aber selber nie gesehen voneinander. Daraufhin sind wir losgezogen und ohne zu wissen, wer wem gefragt hat für ein Schlabberfoto, haben wir sie produziert, ausdrucken lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, was der andere für Fotos gemacht hat und das passiert. Und ihr entscheidet als Chat, als Load gleich live, wer von uns pro Runde das bessere Schlabberfoto gemacht hat. Ist das 2? Das ist 2, ja. Ist egal, das ist mein. Ich weiß nicht. Fängst du mit was Sachen an? Scheiße, Mann. Weißt du was, wir nutzen die Zeit einfach. Machst du mit vom Timo? Wir nutzen die Zeit einfach und gucken einfach mal, wo wir hier gerade sind. Es ist alles heute sehr self-made aufgebaut. Noch gibt es keinen Sturm. Ja, weiter kommst du glaube ich gar nicht. Du kannst mal da rüberballern. Wir sind in der HafenCity. Und hier haben wir ja sozusagen unser Studio für die zweite Staffel Cameroympics reingebaut. Das ist mega geil, super geil. Die Linse ist dreckig, Timo. Ist das meine Schuld oder deine Schuld? Deine. Ich bin mir nicht sicher, Alter. Lass es ihr nicht sehen. Der rastet aus. So wie bei jeder Cameroympics-Folge. Wir sind es dreckig. Wie du nicht rollst, Timo, ey. Ach komm, ich hab was hier geschickt. Ja, passt hier nicht hin. Wir machen, ich kenne es ab, wenn wir zurück in 4 kommen, okay? An der Stelle vielleicht, weil es mir gerade einfällt und weil es auch total sinnvoll ist. Auch das haben wir am Anfang dieser Sendung eigentlich verschnitten. Vielen Dank für das Sonic, Alter. Ja, vielen Dank, dass ihr uns vertraut, dass wir so einen Quatsch machen können. Das ist mega geil. Vielen Dank, dass es weitergeht. Ja, Mann, Alter. Dass es geht überhaupt, dass wir jetzt eine zweite Staffel machen können, ist geil. Und wir haben auch jemand Neues an Bord, der bezeichnet wird. Ja. Dobi ist am Start. Vielen Dank, Dobi, Alter. Ja, ja, ja. Timo. Ja. Geht das los, oder was? Timo? Stimmt ihr jetzt ab? Timo? Hör mal auf. Was machst du denn da? Timo, hörst du mich? Ja, Timo ruft mich an aus der Regie. Ich weiß nicht, ob wir noch senden. Tobi Klapp weiß, ja doch, er weiß aber, genau. Tobi Klapp weiß, hat mich angeschrieben. Also die totale geht, meinst du da? Hast du Lust, Schlauferfotos zu machen? Und Tobi Klapp weiß, war er dabei. Und wir hatten einen Videocall mit ihm. Und das... Ach, shit. Ist das jetzt besser? Wir wissen das jetzt eigentlich mit den Videos. Können wir das jetzt... Ja, jetzt müsste es besser sein, oder? Timo, einmal kurz, entschuldige bitte. Also Tobi? Ja, okay. Können wir den Premiere jetzt abspielen? Wegen Tobi auch nicht? Okay, ist besser. Dankeschön. Okay, wir hatten ein bisschen Soundproblem. Ey, es wäre nicht kein Olympics, wenn wir live nicht irgendwelche technischen Sachen hätten. Ja, aber was ist mit Tobi? Äh, Tobi? Können wir Tobi abspielen? Ich glaube nicht, Bro. Echt nicht? Nee, ich glaube, der Rechner ist original abgestürzt. Aber bei Schlauferfotos geht es genau darum, ey. Einfach mal, ey, es ist alles okay. Es ist alles in Ordnung. Auch wenn wir schwitzen, auch wenn die Technik streikt. Fuck it. Eigentlich geht es auch darum, mal ein bisschen loszulassen und zu entspannen, weil alle im Moment nicht klarkommen und irgendwie auch alle so auf der Kante irgendwie sind. Und ja, wir wollen das nochmal schöner im VOD dann sagen, aber das ist eigentlich unser Gedanke. Es ist irgendwie so ein animalischer Reflex auch. Tiere haben das. Wenn die irgendwas Stinkiges riechen oder ihnen Unwohl ist oder sie Angst haben, dann schütteln die sich so. Und ich glaube, das ist symbolisch auch für Schlauferfotos. Genau, wir können einmal das hier nochmal kurz zeigen. Das hier, den Kollegen hatten wir auch angesprochen. Oh ja, Christian, genau. Das war auch in unserer Recherche. Wir haben gefragt, wie macht man den Schlauferfotos? Und dann hat Panasonic, ne? Der Philipp oder irgendwer hat uns Christian empfohlen. Ja, Christian macht halt Schlauferfotos mit Runden, aber richtig geile. Das war der Wahnsinn. Und von ihm haben wir uns auch ein paar gute Tipps geholt. Also es war interessant von ihm zu hören, wie er arbeitet. Der nimmt Weitwinkel, ich glaube nicht 16 Millimeter, irgendwas bei 24 vielleicht. Und ist nah am Hund, weil er mit dem Hund agieren muss. Und der wirft ihm so ein Fütterchen zu und dann leckerli. Und dann schlabbert der Hund in genau dem Moment. Und er ist Experte. Also was er für Fotos hat, das ist schon Wahnsinn. Und eigentlich wollten wir ihn auch hier hinholen, damit er uns mal ein bisschen beibringt. Und ein bisschen, wie man überhaupt… Es war für uns neu, ne? Schlauferfotos ist nicht so einfach. Bei Sonnenlicht ist es cool, da einfach schnell einen Shutter einstellen. Aber fuck, bei Lowlight, alter Falter. Wir haben viel ausprobiert und das ist ein bisschen schade, aber das schmeißen wir jetzt weg. Wir haben wirklich professionelle Blitzlichte ausprobiert, über Christian Schmidt, unseren Kollegen, den wir kennengelernt haben, über IPS-Fotohandel, vielleicht, hoffentlich, aber wir haben super viel gelernt. Was bedeutet Fotografie? Also das war wirklich erneut ein Schnellkurs, so wie bei Episode 3, was Schauspielerei und Buchschreiben angeht. Ja, widersprung ins kaltes Wasser. War das hier wirklich Fotografie schlimm. Aber schlimmer, man. Alle Naturgesetze gelten nicht mehr. Nix ist schlimmer als Episode 3 gewesen, fand ich. Doch, doch, doch. Boah, fand blitzend, hat nochmal alles auf den Kopf gestellt. Ich hoffe überhaupt, dass die Fotos wasgekommen sind. Ich hab die noch nicht mal gesehen, du hast deine schon gesehen, oder? Ich hab meine schon gesehen. Ich hab noch nie diese. Komm her. Es ist... Mach mal. Chad hat gesagt, er ist blöd positioniert. Danke, Chad. So. Weißt du, woran es mich erinnert? Tommy ist beleidigt und macht nie wieder Schlafferfotos. Nein! Nein, er schreibt ja da! Oh man, shit, Tommy, ey. Oh Gott, ey, Mann, ey. Ich bin wegen der Rechnerzunnel. Ich schau, willst du an Joris bin. Können wir das nicht irgendwie machen, Alter? Ähm. Wir müssen Tommy zeigen. Wieso können wir den nicht zeigen? Das Foto ist auch so super. Kacke, Mann. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, es ist wie früher, als man noch Film geschossen hat und dann trinkt man seinen Film, seine Räulechen, trinkt man zum Fotolabor und dann lässt man die entwickeln und dann holt man ein bisschen das Päckchen ab und guckt die Fotos durch. Das ist wie jetzt wieder, weißt du? Weißt du, wie viele Jahre wir das nicht gemacht haben? Wir waren so klein, als wir das das letzte Mal im Foto irgendwie Fotos... Und jetzt ist es das erste Mal, also die Größe, das sind sehr große Fotos. Genau. Deswegen freue ich mich so, weißt du? Ja. Das ist irgendwie, irgendwie ist das... Ich glaube, für einen Fotografen ist das auch geil. Etwas, was er selber geschlossen hat. Und dann so... Das ist da. Wahrscheinlich wie ein Handwerk oder so ein Tisch oder so, weißt du? Sowas so. Ja. Ich finde, das hast du schön gesagt, Ian. Tommy schon wieder, ey. Scheiße. Lass uns eine kleine Werbforce machen und versuchen nochmal primär zu starten. Ja. Okay? Okay. Brauchen wir echt? Ja, ganz kurz. Ja, ist okay. Ey, ist okay. Wir versuchen es echt nochmal. Tommy, es tut uns leid. Und alle, die wir noch zeigen wollten... Mir tut es eigentlich nicht leid, ich finde es lustig. Aber wir machen das trotzdem. Regie bitte einmal ganz kurz auf Werbung schalten. Ansonsten mache ich das von hier und mache irgendwas kaputt. Wir haben zehn ausgedruckte Fotos hier. Fünf von Ian, fünf von mir. Das soll nach der Werbepause kommen und dann wird es geil. Hoffentlich. Und dann sehen wir, wer die besseren Schlappaufotos gemacht hat. Ey! Okay, wir sind wieder live, Bro. Herzlich willkommen zurück. Sind wir? Cool. Echt unmöglich, ja. Tommy, was? 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 Tommy hat mittlerweile die Fotosei benachrichtigt. Nee, das war Dashy. Achso, echt? Aber... Schöne Grüße nach Mingamann. Oh je. Ja, ey komm, wir fangen einfach an. Ich hab schon mal versucht. Technik. Sound sollte jetzt hoffentlich okay sein. Wir lesen das alles erst ein bisschen später. Aber das ist okay. Ihr seid immer noch dabei. Es ist immer noch Dienst-, Donnerstag, der 8. oder 7. Und wir fangen jetzt an. Fünf Schlappaufotos hat jeder von uns gemacht. Wir wissen nur von einer Person, wer dabei ist. Ich ahne inzwischen so ein bisschen was, weil es tatsächlich auch so... Doch, doch, doch. Ich weiß auch noch ein weiteres von dir. Okay. Du weißt aber auch eins von mir, oder? Nur grob. Echt? Nur ganz grob. Wenig. Du warst sehr geheim. Wir fangen an mit Runde 1. Wir haben keine Effekte mehr. Hier geht's lang. Runde 1 war Fynn Kliemann. Ja. Hab ich schon erzählt. Wir waren da. Und ich muss sagen, du hast ein gutes, gutes... Na egal. Ich erzähl erst mal von mir, okay? Ja, okay. Okay. Meinst du erst? Ja. Schnick, schack, schnuck? Schnick, schack, schnuck, okay. Runde 1. Ach so, stopp, stopp. Was ist? Voting, Alter, hab ich vergessen. Ja, richtig. Voting. Votet. Macht euch schon mal bereit. Über den Twitch-Chat oder den YouTube-Chat. Auf RocketBeansTV könnt ihr ebenfalls euch anloggen. Ihr müsst gleich entscheiden, wer das bessere Bild hat. Wir werden jetzt gleich releasen. Und dann sagen wir nochmal ganz offiziell Runde 1 Chat-Vote. Wer von uns kriegt den ersten Punkt. Wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt die Folge 4. Nach drei Folgen steht es 2 zu 1 für dich. Oh Gott, wie du dich reust, ey. Oh nein. Okay, los geht's. Er meinte, er will mich zerstören. Jetzt ist es echt ernst, ne? Ja, natürlich. Wie viel Mühe du dir gegeben hast mit allem, ey. Du bist so richtig abgegangen, Alter. Stich und Schnuck für das erste Mal. Schnick, schnack, schnuck. Ja. Wer, wer, was macht der Gewinner? Du fängst an. Okay. Also, Finn Kliemann ist auf jeden Fall das erste Motiv. Oje, oje. Ich hab gesehen, was du grob vorhattest. Das war bei Finn aber eigentlich... Ich hab das vielleicht falsch gemacht. Oh Gott. Shit. So, ein bisschen dumm. Okay. Das ist ja herrlich. Das hat leider einen Knick gekriegt. Das hat leider voll die Delle gekriegt. Es tut mir leid, Finn. Es tut mir leid. Hilf mir doch mal hier. Sonst krieg ich noch eine Delle. Mann. So, jetzt muss ich mir erstmal... Oh, krass. Krass, wie groß. Alles klar. Okay, okay. Okay, okay. Was ist meins? So. Alter. Das ist nicht schlecht, oder? Das ist nicht, ey. Finn ist ein fucking schlabber Psofi. Finn hat sehr gut geschlabbert. Ich muss sagen, also in all den Motiven, die ich hatte vor der Kamera, hat Finn die krassesten... Der Speed ist krass bei Finn. Und die Druckhaftigkeit. Ja. Er kann sehr gut, diesen Seiten schlabber kann er sehr gut. Aber er kann auch unglaublich... Ich würde es einblenden, aber es gab... Es war eine schwere Wahl. Es gibt auch welche, wo er wirklich aussieht wie ein Zombie, so... Also wirklich mit weißen Augen und die hätte ich auch fast genommen. Aber ich finde, das hier harmoniert gut mit dem Hintergrund. Es sieht fast so, als wäre das gerade passiert, weißt du? Und ich weiß noch, wie ich als Kliemannsland komme und dachte, okay, das ist mein Hintergrund. Hast du das bearbeitet, das Bild? Ja, ich habe Matthias Luth draufgepackt. Okay, alles klar. Das heißt, du hast einen Filter benutzt. Aber sonst nichts. Ich habe nur Matthias Luth so draufgepackt. Es sah direkt so geil aus. Ja. Wahnsinn. Ich finde, die Beule gehört mit zu dem Bild dazu. Ja, stimmt eigentlich. Okay, also Finn Kliemann. Ja, Finn, was sollen wir sagen? Falls du das hier siehst, Finn, Monsieur, verrückt. Wirklich verrückt. Schönes Motiv. Schönes Motiv. Das war Pralle Sonne. Mann, wie geil das ist. Guck mal, wie groß. Super. Ich komme gerade nicht klar. Super. Okay, wir sind wieder live, Bro. Herzlich willkommen zurück. Sind wir? Cool. Ja, echt unmöglich. Tommi, was? Was, Tommi? Was? Was? Tommi hat mittlerweile die Fotos benachrichtigt. Das war Dashy. Ach so, echt? Schöne Grüße nach Mingamann. Oh je. Ja, komm, wir fangen einfach an. Ich hab schon mal versucht. Technik. Sound sollte jetzt hoffentlich okay sein. Wir lesen das alles erst ein bisschen später. Aber das ist okay. Ihr seid immer noch dabei. Es ist immer noch Donnerstag, der 8. oder 7. Und wir fangen jetzt an. Fünf Schlabberfotos hat jeder von uns gemacht. Wir wissen nur von einer Person, wer dabei ist. Finn. Doch, ich weiß auch noch ein weiteres von dir. Du weißt aber auch eines von mir, oder? Nur grob. Nur ganz grob. Du warst sehr geheim. Wir fangen an mit Runde 1. Wir haben keine Effekte mehr. Hier geht's lang. Runde 1 war Fynn Kliemann. Hab ich schon erzählt. Wir waren da. Und ich muss sagen, du hast ein gutes... Na egal. Ich erzähl erst mal von mir, okay? Ja, okay. Mach ich mal zuerst? Ja. Schnick, schack, schnuck. Schnick, schack, schnuck, okay. Runde 1. Ach so, stopp, stopp. Voting, Alter, hab ich vergessen. Ja, richtig. Voting. Votet. Macht euch schon mal bereit. Über den Twitch-Chat oder den YouTube-Chat. Auf RocketBeansTV könnt ihr ebenfalls euch anloggen. Ihr müsst gleich entscheiden, wer das bessere Bild hat. Wir werden jetzt gleich releasen. Und dann sagen wir nochmal ganz offiziell Runde 1 Chat-Vote. Wer von uns kriegt den ersten Punkt. Wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt die Folge 4. Nach drei Folgen steht es 2 zu 1 für dich. Oh Gott, wie du dich reust, ey. Okay, los geht's. Er meinte, er will mich zerstören. Du bist ernst. Jetzt ist es echt ernst, ne? Ja, natürlich. Wie viel Mühe du dir gegeben hast mit allem, ey. Du bist so richtig abgegangen, Alter. Stich, schnuck, schnuck, schnuck. Was macht der Gewinner? Du fängst an. Also, Finn Kliemann ist auf jeden Fall das erste Motiv. Ich hab gesehen, was du grob vorhattest. Das war bei Finn, aber er eigentlich... Ich hab das vielleicht falsch gemacht. Shit. Ein bisschen dumm. Okay. Das ist ja herrlich. Das hat leider einen Knick gekriegt. Das hat leider voll die Delle gekriegt. Es tut mir leid, Finn. Es tut mir leid. Hilf mir doch mal hier. Sonst krieg ich noch eine Delle. Mann. So, jetzt muss ich erst mal... Oh, krass. Krass. Krass, wie groß. Alles klar. Okay, okay. Was ist meins? Alter, Finn. Ist nicht schlecht, oder? Nicht, ey. Finn ist ein fucking Schlabber-Psofi. Finn hat sehr gut geschlabbert. Ich muss sagen, also in all den Motiven, die ich hatte vor der Kamera, hat Finn die krassesten... Der Speed ist krass bei Finn. Und die Druckhaftigkeit. Ja. Er kann sehr gut... Diesen Seilhenschlabber kann er sehr gut. Aber er kann auch unglaublich... Ich würde es einblenden, aber es gab... Es war eine schwere Wahl. Es gibt auch welche, wo er wirklich aussieht wie ein Zombie, so... Also wirklich mit weißen Augen und die hätte ich auch fast genommen. Aber ich finde, das hier harmoniert gut mit dem Hintergrund. Es sieht fast so, als wäre das gerade passiert, weißt du? Und ich weiß noch, wie ich als Kliemannsland komme und dachte, okay, das ist mein Hintergrund. Hast du das bearbeitet, das Bild? Ja, ich habe Matthias Lutt draufgepackt. Okay, alles klar. Das heißt, du hast einen Filter benutzt. Aber sonst nichts. Ich habe nur Matthias Lutt so draufgepackt. Es sah direkt so geil aus. Ja. Wahnsinn. Ich finde, die Beule gehört mit zu dem Bild dazu. Ja, stimmt eigentlich. Okay, also Finn Kliemann... Ja, Finn, was sollen wir sagen? Falls du das hier siehst, Finn, Monsieur, verrückt. Wirklich verrückt. Schönes Motiv. Schönes Motiv. Das war Pralle Sonne. Mann, wie geil das ist. Guck mal, wie groß. Super. Ich komme gerade nicht klar. Boah, ist das schön. Ich mag das. Ich will alle meine Fotos jetzt groß ausdrucken. Guck mal, wie scharf auch. Siehst du das? Kannst du näher rangehen? Toll. Timo? Toll. Ja, Spiegelung? Mega gut. Noch näher. Noch näher. Ups. Die Spiegelung. Noch näher. Die Spiegelung. Noch näher. Alter Finn, ey. Okay, jetzt sagt Deins, Bro. Jetzt bin ich gespannt. Wir müssen echt. Wir müssen echt. Der Knopf ist das Totale und das ist Timo's. Ja. Oh je. Bist du bereit? Oh je, ey. Ich bin sehr gespannt, ey. Oh je, ich habe Angst. Jetzt tut es nicht, dass ich das auch fallen lasse. Wenn es mal richtig umklappt. Ja, weil ich, will ich nicht. Oh, wie ängstlich ich bin. Okay. Uuuu. Tada. Uuuu. Oh, das ist Antje. Das ist Fins Mama. Fins Mama. Vorsicht, Kabel. Fuck. Oh shit. Oh Gott. Okay, ey, also das Gesicht ist hart. Das Gesicht ist hart. Das Gesicht ist hart. Es ist ein sehr, sehr gutes Gesicht. Wie kann man denn das machen, Alter? Und ihr müsst euch das wirklich kurz, kurz passen. Wir fragen Finn. Er sagt nur, geile Idee. Wir erklären später noch von einer anderen Idee, die ist angedockt. Das heißt, der Schlappmann von der Besseren Welt. Es soll ein Fotobuch dabei sein. Und das soll Erlöse generieren, bestenfalls. Hoffentlich mit eurer Hilfe. Irgendwann, wenn es dann fertig ist. Und alles soll in Richtung deutsche Depressionsliga gehen. Finn fand die Idee super. Und ich habe einfach Antje gesehen, die einfach super sweet war. Und Getränke verteile, weil es ein heißer Tag war. Und ich habe einfach nur gefragt, ey, wie geil war das? Ja, echt, ey. Und die beiden, ey. Antje kam, 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 kam an mit so gelben Engel. Weißt du, dass wir zehn Jahre keinen gelben Engel mehr gezogen haben? Das kennen wir noch aus Bad Oeynhausen. Vanille, heiß und orange und das, ja. Und jetzt gehen wir trotzdem mal ran. Also Antje, wirklich eine herzensgute Seele. Aber schlabbernd sieht sie so aus. Geil. Ey und Finn, hardcore, ne? Ja. Hardcore. Also ich muss gestehen, der Ausdruck ist gut, ey. Der Ausdruck, die Lippen sind krass. Aber ich würde sagen, bei meinen sind die Lippen noch verformt. Es ist schwer zu sagen. Ja, es ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, es sind beides geile Fotos. Es ist schwer zu sagen, ja. Jetzt schon. Vielen Dank, Finn Kliemann. Vielen Dank, Antje. Für eure Zeit. Das ist sozusagen die erste Runde. Ihr habt es gerade gesehen. Wir gehen gleich noch mal kurz auf die nähere Kamera. Und ihr kriegt ab jetzt Zeit zu voten. Liebe Regie, ballert den Vot rauf. Ich glaube, Ausrufezeichen CL, Ian und Budi. Oh, guck mal, Bro. Es wird schon gevotet, Alter. Oh, oh, oh. Es wird schon gevotet, ey. Oh, oh, oh. Da bin ich gespannt. Meine Güte. Warten wir jetzt den Vot ab? Oder bevor wir zum nächsten Jahr, ne? Wir machen erst mal den Gewinner. Genau. Wir machen erst mal den Gewinner, ey. Oh, das ist toll. Genau. Halt erst mal auf die beiden Fotos, damit der Zuschauer noch mal ein bisschen vergleichen kann. Du hast deins gemacht auf dem Vorplatz, Bro, ne? Da ist so ein bisschen Nebel im Hintergrund auch, weil die da mega baum genau arbeiten. Das ist krass, ne? Im Kliemannsland. Da ist viel passiert. Ich habe es nicht wiedererkannt. Was mir aber wichtig war, dass ich irgendwie einen Kontrast reinkriege alleine durch den Hintergrund. Also ich fand es wichtig, irgendwie Grün drin zu haben, irgendwie Natur. Hatte ich einfach, ne? Dafür steht Finn auch für mich. Aber gerade mit der Mutter zusammen. Ey, es ist gut geworden und es sieht so gut aus. Es ist gut. Oh, toll. Ich meine, dass ein Team mitmacht, das ist schon gut, ja. Beide stark, habe ich gerade im Chat gesehen. Vielen, vielen Dank. Also ihr votet fleißig weiter. Das ist nur Runde eins. Wir machen gleich noch weiter. Oh Gott, was haben wir getan? Aber wir müssen uns echt vereilen. Also, wie lange lassen wir abstimmen? Fertig? Fertig. Ja, fertig. Fertig. Und wir kriegen die Nachricht gleich über unsere Kollegen. Oder was? Bitte einfach in den Raum schreiben, bitte, ja? Ja. Timo und Julius. Ist denn Soundgärz-mäßig alles okay jetzt? Ich glaube, ja. Ja? Ja. Okay. Corealicious schreibt, ich will all meine Familienfotos so. Oh, ich sehe viele für dich, Bro. Ja? Ja, ja. Ja, mal gucken, ey. Ich weiß nicht. Ich finde es scheiße, wenn ihr CLI schreibt, sage ich. Ganz ehrlich, ey. Fins Mama hatte auch die Idee, die Scheuen so zu nennen im Kliemannsland. Nach Herz und so weiter. Und sie ist auch das Herz vom Kliemannsland, fand ich. So, ich gehe auf Chat einmal, soll ich gehen? Und Finn? Ja, Finn, wir brauchen deine Hilfe, Finn. Hilf uns mal ein paar Leute klarzumachen. Du kennst sie doch alle so. Wir müssen, also, oder auch in den Chat. Wenn ihr Leute habt, von denen ihr euch vorstellen könntet, die hätten Potenzial zu schlabbern, schlagt uns das bitte vor. Schreibt das ins VOD nicht, doch hier drunter. Nee. Erscheint das hier? Nee. Und das VOD von uns dann. Also, und das fertige VOD. Genau. Schreibt mal bitte eure Vorschläge. Keine Ahnung, ich hätte gerne DJ Bobo. Wen hättest du gerne, Bro? Angela Merkel? Ey, ich hatte die Mails schon angefangen. Ich wollte wirklich keinen Scheiß. Ich habe eine Menge, die eigentlich schlammern haben. Weißt du? Böhmi, Schulz auf jeden Fall. Ja, aber es geht auch nicht nur ... Hatte Admoditz bleibt so. Ja, es geht aber nicht nur um die bekannten Leute. Es geht nicht nur um Promis, ja. Es geht auch um Leute wie, keine Ahnung, Tafel oder ... Ich hätte gerne in dem Buch eigentlich so einen Querschnitt durch die Gesellschaft. Weißt du? Ja. Dass du eigentlich jede Berufsgruppe ... Unabhängig, unabhängig von was auch immer. Genau. Jeder Mensch ist schlussendlich bei ... Schabank ist Biomasse. Darum geht es. Ich warte die ganze Zeit auf eine Reaktion von der Regie, ob das VOD fertig ist. Ja. Oder sehe ich irgendwas nicht. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ruf doch sonst noch mal an, ne? Ja. Ich gucke einfach ... Ich will nur sicher gehen, dass ich nichts verpasse irgendwie. Und ob sie denn den VOD überhaupt mitbekommen haben. Jetzt haben wir schon zwei Minuten gewartet. Ich ruf noch mal an da. Ja. Und ... Kannst du denn von deinen anderen Fotos jetzt auch was erzählen? Von deinen Nächsten? Ich kann vielleicht was zu meinem Nächsten schon erzählen. Ich muss erst mal noch mal gucken, was das war. Nicht, dass ich jetzt ... Nee, warte mal. Runde zwei ist hier, ne, Bro? Ach, da ist Runde zwei. Genau. Und unten hast du immer ein I oder ein D. Okay, okay. Guck mal kurz. Oh, ist das schon? Wo habt ihr ... Hey, ich sehe nichts. Wo habt ihr reingeschrieben? Warte, nehme ich das? Scheiße, ich muss vielleicht noch mal umgehen. Jetzt ist live bei mir. Eins, zwei ... Ich dachte, das ist die zweite Runde. Das ist doch die zweite Runde, Timo, oder? Das ist ein Witz. Was ist los? Ernsthaft jetzt? Was ist los? Hab ich gewonnen? Oh, du hast gewonnen mit zwei Stimmen, Alter. Echt? Ja! Ja! Zwei Stimmen, oder was? Oh, ey. Das wird ... Danke! Das wird nix. Das wird nix, Bro. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich verliere. Die Mutter ... Habe ich auch gedacht! Also, wenn man die Mutter gewinnt, aber ... Jetzt ist es auch ein bisschen besser farbkodigiert, ne? Guck mal, wenn du hier so ... Allein ist ... Ja! Ach, Bullshit! Farbkodigiert. Ich hab das extra dreamy gelassen, Alter! Das ist wirklich lächerlich. Das ist doch ... Das ist doch lächerlich. Geil, geil! Nächstes Bild. Los, nächste Runde. Das ist wirklich lächerlich. Echt. So, zum zweiten Bild. Jetzt sagst du dich wahnsinnig. Close. Zwei Stimmen, Mann, ey! Erzähl du jetzt zu deinem zweiten. Komm, wir machen weiter. Klapp, ne? Klapp, Klapp. Wegeknapp. So, das ist die Runde zwei hier. Ne, ich dachte, das ist Runde zwei. Nein, das ist Runde zwei. Das bringt mich total durcheinander. Ah, Entschuldigung. Warte mal kurz. Ich muss nachdenken. Einmal kurz. Das ist deins, ne? Ja. Entschuldigung. Ah ja, ist es. Okay, ist richtig. Ist richtig. Jetzt noch du zuerst. Okay, ich fang. Jetzt noch du zuerst. Finn und Antje wussten nicht so genau, was eigentlich passiert war. Aber immer, wenn sie ein Foto gemacht haben, waren plötzlich ihre Gesichter entstellt. Und gar nicht so, wie sie das eigentlich geplant hatten. Und die Vermutung war, irgendetwas muss ja dafür zuständig sein. Und deswegen sind sie zu einer Person gegangen, um zu erfragen. Ey, was passiert hier mit uns? Hä? Was? Hä? Was ist das für eine komische Geschichte? Ich verstehe das nicht. Ist ja vielleicht irgendwas Bösartiges hier. Soll ich die releaseen oder nicht? Ja, mach. Okay. Ich verstehe nicht, was du meinst. Finn. Vielleicht ist eine böse Magie oder sowas im Hintergrund. Ja. Oh, shit. Oh, shit. Ah nein, ich Idiot, ich hab umgeschaltet. Ah, ich hab umgeschaltet, ey, ich Idiot. Ich hab die ganze Zeit den Chat drin gehabt. Ist egal. Ist nicht so schlimm. Es ist heute alles nicht so schlimm. Da ist mein Bild, da ist mein Bild. Ist ja gut. Ah, ich Idiot, ey. So viel dazu. Timo Mann, ey. Dankeschön für den Anruf. Brut, ich erkenne ihn nicht mal. Das ist jetzt schon... Brut, ich kann ihn nicht erkennen. Wer ist das? Ich erkenne es nicht. Ist das Wolf? Sehr verehrte Damen und Herren, das ist Wolf Speer. Es ist Wolf, ne? Es ist wirklich Wolf, ne? Scheiße, das gibt's doch nicht. Alter. Wie, wie hast du ihn so verformt geklickt? Da musst du Wolf Speer fragen. Wolf! Wolf, komm mal rein. Dreh dich mal um, bitte. Du bereite dich schon mal vor, Bro. Wolf! Wolf! Vielleicht ist Wolf abgehauen, das kann auch sein. Wolf hat für mich eigentlich ein Foto gemacht. Wieso ist er bei dir drauf? War das vorgestern? Du Verräter, du Verräter, du Verräter, du Verräter. War das nach unserem Foto oder was? Ich muss in deinem Mikro sprechen. Pass auf, es war folgendermaßen. Wir haben zusammen geschlabbert, wir haben Schlabberfotos gemacht. Dann hat mich dein Bruder angerufen, hat mir gesagt, dass wir noch einen Dungeon drehen können. Und ich habe dich gefragt, ohne zu sagen, was genau fahre, habe ich dich gefragt, ob das okay wäre oder ob du dir vorstellen könntest, dass ich quasi zweigleisig fahre. Und du, in deiner unendlichen Güte, hast sofort gesagt, was sehr für dich spricht, ja klar, mach ruhig kein Ding. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass es darum ging, Mann. Worum hätte es denn sonst gehen sollen? Ja, keine Ahnung. Wir haben den ganzen Tag Schlabberfotos gemacht und fragen, ob es okay ist, weil ich heute so ein guter Augenblick habe. Ich wusste nicht, worum es geht. Was? Okay, okay, ja, ja, okay, es ist nicht schlecht. Ihr macht euer Ding, tschüss. Nein, 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 bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Äh, ich brauche noch... Ich find's? Gunnar! Ist Gunnar da? Oh nein, weiß ich nicht. Nee, Gunnar da? Nein, Gunnar ist nicht da. Also ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Andi! Ich rieche ihn immer so... Erzähl doch mal was zu dem... Andi! Alter, Wolf, das ist brillant. Andi! Das war alles super spontan, super knapp. Vielen Dank an Britta vom Hamburger Dungeon, dass das noch geklappt hat. Wunderbar, die Kolleginnen und Kollegen sind auch in Teilzeit. Und wir durften einfach gestern da rein. Und gestern haben wir ein Fotoshooting gemacht. Ja. Innerhalb von zwei Stunden alles weggebrochen. Das meintest du mit geiler Location, du Arsch? Geiler Location, Hamburger Dungeon, Mann, ja. Boah, ich bin wahnsinnig geworden. Ich wollte wissen, wo ihr hinfahrt, ihr... Es war richtig knapp. Ich hab das gestern Abend, hab ich das noch so versucht fertig zu kriegen, so. Und es ist passiert. Danke, Wolf, dass es geklappt hat. Ey, es war super geil. Okay, Bro, das ist mein Bild. Es ist sehr lustig, dass du Wolf gerade in der zweiten Runde hast. Oh nein, 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 nein! Weil ich hab Wolf auch in der zweiten Runde. Nein! Ey, wirklich, ohne Witz, ich weiß davon nichts. Ich hab Wolf auch in der zweiten Runde. Ich wusste auch nicht, ich wusste auch nicht, dass du ein Verräter bist, verdammt. Jetzt hör doch mal auf! Weiter, jetzt weiter! Auf dem Foto falsche Narrative. Okay, Andi, erzähl doch mal, was wir für ein Foto gemacht haben. von mir nicht in der zweiten Runde. Don c'est Dwarf Das war's für heute. Das war's für heute. Also, wir wollten nicht in diese schmierige, dreckige Pfütze. Du wolltest es vor allem nicht sein. Deswegen haben wir Euro-Paletten reingelegt in diese Pfütze. Meine Haare sind ein bisschen zu lang. Sie hingen in der Pfütze. Dann wurden wir von oben mit bunt gefärbtem Wasser geschüttet. Geschüttet? Nein, Bro! Es war... 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 Nein, warte, warte, mach nicht den selben Fehler wie ich. Also, man muss hier... Es wäre lustig. Es ist die Klammern, aber das Bild muss man festhalten. Das Bild muss man festhalten, aber nur das Papier abmachen. Ja, ja, ja. Okay, hier, wir tauschen mal Platz, Timo. Hier mal frontal drauf. Oh, ich bin schon gespannt. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich weiß. Oh Gott, du Horch, nein! Nein! Das ist schon ganz geil, ne? Das ist schon ganz... Oh, schön, ne? Ja. Das war schön, oder? Die ganzen Zopfen und so, oder? Hammer, ja. Wunderbar. Und künstlerisch ist auf jeden Fall wertvoll. Auch, da kann man sich mal aufhängen, oder? Also, ich würde es mir definitiv, in den Schlafzimmer hängen, ja. Adi! Wie findest du es, Andi? Ich meine, du bist der Einzige, der den Job gemacht hat. Du bist der Einzige, der schlabbert, siehst du das? Gunnar, Gunnar, er ist nur am schreien, die Pussy. Jetzt rollt der Simulant, bevor er überhaupt Wasser abgekriegt hat, hat es schon geschehen. Und Wolf kann gar nicht genug kriegen, da hat es schon aufgehört. Und Wolf war immer so voll extra. Er versucht es zu lecken, ja. Und du hast es einfach nur so lethargisch, dass er zackt. Ja, wirst du, in dieser Strahl kam irgendwann näher in Richtung meines Mundes. Ja, wirst du, in dieser Strahl kam. Ich muss den Clip streamen, wie die Jungs machen, es ist so lustig, es ist echt hart, ich habe selten so eine lustige Audioaufnahme gehabt, okay, Wolf und Gunnar bitte, vielen Dank ihr Penner, Andi, tschüss, ja, ihr macht euer Ding, alles klar, tschüss, danke Jungs, oh Gott, Bro, das ist, das ist, das ist, das ist Premium, ey, das ist Premium, lasst uns mal bitte hier ein bisschen Platz machen, damit Timo gleich beide Bilder nochmal Dankeschön, Timo, oh, Chat bitte wieder bereit machen, oh Gott, ist das alles lustig, es wird schon gebotet und wir schalten auf diese beiden Bilder, wir haben ein bisschen Spiegelung drin und ist alles gut, ihr seht die Bilder trotzdem, ich gehe mal aus dem Schatten raus, das Wolfsding, Solo ist nur von mir, Alter, Wolf wieder aussehen, okay, der Ausdruck ist einfach ziemlich hart, ne, ja, ich muss sagen, der Schlabber, nur nach Schlabber würde ich sagen, geht der Punkt dann dicht, tatsächlich, oh je, es ist schwierig, ich hatte bei meinem leider auch immer das Problem, dass nicht alle drei Strahlen gleichzeitig waren oder dass nur einer schlabbert oder einer halb aus dem Bild raus ist, das war jetzt der beste Kompromiss aus allem, so, ja, also nochmal, einmal für den letzten Vote, es wird noch leicht im Chat gevotet, vielen Dank, also Ausrufe, ein CL für Ians Bild, das ist das, was wir hier auf der linken Seite sehen und genau, danke, Timo, und Ausrufe, ein CLR Zeichen, Budi, das bin dann ich, genau, okay, und auch gleich wieder, Runde zwei, geil, ich gewinne deutlich, echt? Schon da, eins zu eins, eins zu eins, okay, 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 ist das spannend, ey, eins zu eins, okay, wir müssen ein bisschen Tempo machen, es ist tatsächlich schon 13 Minuten vor, wir machen Tempo, Runde drei, schnick, schnack, schnuck, schnick, schnack, schnuck, ich hab, okay, äh, das bin ich, pass auf, willst du irgendwas dazu sagen? Fynn und Antje waren sich nicht sicher und sie hatten ja den Glauben, vielleicht ist der daran schuld, dieser komische, der im Hamburger Dungeon, vielleicht hat der, also die hängen alle zusammen, deine Geschichte, deine Fotos oder was, oh nee, daraufhin sind sie, daraufhin sind sie zu einer Person gegangen, weil sie gedacht haben, okay, vielleicht kann diese Person helfen. Amen. Das war's. Aber auch diese Person ist leider vom Schlabbern betroffen gewesen. Oh, oh, nein, nein, ist der echt? Ja. Ist der echt? Ja. Also kein Schauspieler? Nein, das ist Hanno. Hanno? Hanno aus Brecklinghausen in seiner Kirche. Das ist seine Kirche? Das ist seine Kirche. Im Chat wird schon geschrieben. Wir haben uns kennengelernt bei den Funk Pen & Papers. Und Hanno, das waren ganz wunderbare, tolle Stunden mit dir zusammen. Auch kurzweilig, aber sehr intensiv. Ich war in seiner Kirche in Brecklinghausen. Das war ein ganz abgefahrener Moment für mich, da alleine in dieser Kirche mit ihm zu stehen. Und wir haben halt einfach geschlabbert. Und das ist so grandios. Und ich kann's gar nicht erklären, wie geil und wie mutig und wie schlabberig Hanno einfach auch ist. Ganz tiefen Respekt dafür, Mann. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Hanno. 完蛋 fangst. Arsch! Es ist ... Du bist ein bisschen jetzt. Oh shit. Wie kann ich? Ja gut. Anne! Anne! Nein! Jusale Osten und Worthen Business Anne, Alter, nee, das war so klar. Ich hab's doch gedacht, ich hab's doch erahnt. Ich hab's doch erahnt, wie schlecht du noch versucht hast, so ein altes Bild von dir und Trant zu schicken. Guck mal, wir sind im Ferienpark. Wir waren auf dem Park, aber das war ein Tag vorher. Er hatte gesagt, als wir da waren, oder was? Er hat ja versucht, mich anzurufen, als wir bei dem Auto saßen und dann hat er dich angerufen. Ja, weil ich hier Anrufe halt, weil wir befreundet sind. Ja, weiß ich doch. Und dann hab ich aber noch zur Ablenkung, hab ich noch so, hier, guck, Trant und ich sind gerade im Park, so, weißt du? Alter, nicht schlecht. Ich hab den Braten schon längst gebraucht, ganz ehrlich. Sogar Timo riecht den Braten jetzt. Let's go, bo, bo. Wir haben nicht viel Zeit. Wo waren wir? Bei Tilta, ne? Das ist Lasertag, ne? Genau. Ich muss zu dir kommen, sonst hört man mich nicht. Wir waren im Lasertag-Haus, sag ich mal, in Tilta. Und das ist eine richtig geile Location. Und ich hab gedacht, ich will unbedingt was im Kostüm machen. Und mein bestes Kostüm ist halt so. Oh, nein! Mein bestes Kostüm ist Rey von Star Wars. Und zum gleichen Zeitpunkt waren da wirklich auch Star Wars Kostüm. Ihr seid doch kacke, ey. Final One Legion, oder was? Ja, genau. Die Exakti war da. Ja, ist ja gut. Es war Zufall. Es war Schicksal. Es war ein Schlabber-Ausdruck hingekriegt. Während die beiden in der Luft waren, was mega schwer war. Und bei dem Blitz, also es war, ich hab sehr viele Fotos, wo einer irgendwie steht. Das ist die Macht, verstehst du? Das ist Alex. Das ist Rabea. Viele Grüße. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hab, wir hatten ja noch mehr Fotos gemacht, ne? Ja. Mit noch anderen Leuten von der vielen Dank, Leute. Also die Location ist auch unglaublich. Irgendwie ist das Foto am stärksten gewesen, so. Aber trotzdem nochmal vielen Dank an die 501. Legion, ne? Ja. Ja, ey, es ist brillant. Ich find's auch super. Ich seh das zum ersten Mal so. Schön, ne? Wie findest du, Anne? Das ist ganz schön, ne? Die Farben auch und so, oder? Es ist echt cool. Die sehen ein bisschen aus wie Film, oder? Das ist echt schön gemacht. Ah, schön. Richtig geil. Ja, aber tatsächlich, Anne, du bist außer Frage, hier deine Schupa auch, aber das Licht hier ist ja wohl richtig miserabel. Ey, 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 ey. Das ist überhaupt nicht, das ist einfach nur, das ist einfach nur, das ist einfach nur kaltes Licht von vorne. So, wir stimmen, voting, voting. Wir stimmen ab. Wir stimmen jetzt ab. Anne, vielen Dank, ey. Yes. Okay. Bro, du musst also den Weg gehen. Wir sehen beide Bilder. Das ist Runde 2. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein, das ist so viele für dich. Oh, da, da kommen welche für mich. Ich weiß das nicht. Anne, Anne, komm. Anne ist schon weg. Anne ist schon weg, egal. Oh, ist das ein brillantes Bild, Bro. Wirklich. Ist gut, ne? Das war Anne's Idee. Sie hat das mit, ähm ... Oh, ist das lustig, ey. Mit wem hat sie denn das nochmal gemacht? Das ist ja grausam. Mit Kolja hat sie solche Fotos gemacht, glaube ich. Ja. Und, 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 und es war ihre Idee, das nachzustellen. Und mit den Troopers kommt es echt gut, finde ich. Puh, okay. Okay, nächstes Lauf. Oh, ich muss aufhängen. Ich gucke einfach nur, wann Timo schreibt, wer gewonnen hat. Er entscheidet selber, wie lange gevotet werden kann. Ich hänge das hier mal ab, damit wir Platz für das haben. Ja, bitte. Genau, mach mal weiter. Oh, es ist aufregend. Es ist, es ist wirklich ... Ja, wir müssen uns frei, ne? Wie spät haben wir es denn? Zehn Minuten haben wir noch. Ist okay, glaube ich. Ah, okay. Schlech, 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 schlech. Ist okay, Bro. Alles gut. Ja. Ähm ... Wahnsinn, Wahnsinn. Diese Bilder jetzt auch so groß ausgedruckt zu sehen, ähm ... Die, die Kollegin im Fotoladen, wo wir es haben, drucken lassen. Sie meinte am Telefon nur zu mir so, als ich das erste Bild sehe, habe ich gedacht so, was das denn? Und dann hat sie aber die anderen gesehen und hat erkannt, ah, okay, das scheint irgendeinen Sinn zu ergeben. Und dann fand sie es richtig gut. Und sie hat auch wirklich gelobt. Und das freut mich dann total, so, ne? Fotografie, ausdrucken, dann auch noch irgendwie die, ne? Das Handwerkliche einigermaßen beherrschen. Das war echt toll. Und ich bin heute sehr glückselig aus diesem Laden gegangen mit den Bildern, die wir ausgedruckt haben. Ja, das ist schön. Das ist irgendwie sehr schön. So, ich gucke, Bro. Runde drei. Budi holt auf und gewinnt. Yes, Motherfucker! Ja! Oh, ist das gut! 2-1, ey. Also, für mich ist das Spannende, als die EM-Ware. Wie knapp denn? Wie knapp denn? Ja, sagen Sie nicht. Machen wir, holen wir später. Scheiße. Okay, 2-1, Bro. Wir müssen Gas geben, komm. Scheiße. Runde vier. Was? Ich bin noch in Runde vier. Ja, mal gucken, ne? Okay. Los, mach du. Fang an. Ah, shit. Okay. Runde vier. Bereit machen, lieber Chat, für Runde vier? Nee, fang du an. Ich muss noch jemanden holen. Ich habe meine Leute dabei. Wieso hast du die nicht dabei? Hanna. Ja? Mhm. Soll ich trotzdem anfangen? Ja. Äh, Basti! Ah, shit. Das ist ... Kann ich noch umhängen? Nein. Nein. Ja, ich nicht. Musik 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 Mann, hör auf! Ich bin nicht nur am vollen Nachbänden! Musik 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 Einfach zu wenig Wolle genommen. Wirklich? Krass! Musik 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 Mio Mio Schwer Zwischen Anrusten Hat gewinnt, Digga, wenn das jetzt ist, dann hab ich gewonnen, ja man. Echt? Nein, nein. Doch. Waren das die Regeln? Ja, war's Hannah. Oh, jetzt wird's hart, Hannah. Ich weiß nicht, ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab einen Fehler gemacht. Shit, ich wusste nicht, dass er jetzt damit kommt. Ja, los, fang an. Ich hol Basti. Ich wusste nicht, dass er will. Du fängst an. Du fängst an, bro. Ach, fuck. Wir haben eine mega harte Konkurrenz. Aber, aber, erzähl erstmal, das ist Hannah übrigens. Hi. Erzähl erstmal, wie wir das Foto gemacht haben. Also, es war deine Idee, ne? Ja, ich wollte irgendwas mit Farbe machen. Ja. Was Buntes, was Geiles, so. Und dann ist das ein bisschen eskaliert. I'm okay, I'm okay. Why they keep asking me, am I okay? I'm okay, I'm okay. Why they keep asking me, am I okay? Somebody stop me. I'm out of control. I gave them my body. Now they after my soul. In the city of angels. There is no love. The blood, the sweat, the sacrifice. I swear it's never enough. But no, I'm not afraid. So tell me why I keep running away. I hear the rumors. I know what they say. That I am angry and something with rage. That I am crazy should be in a cage. But trust me, nothing can handle my rage. I am the only one who's really saying. That's why I wear the mask. To cover the pain. I hide my scars beneath my clothes. I wear my smile to cover my soul. Beneath the makeup. Beneath the pain. Peel back the mask. You'll see the real me. I think Multi meant to make UV light. Yeah. That with UV light. Where do we get UV light? UV light. It was super. It was really nice. Good idea. We haven't tried it yet. 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 And how do you have the color on it? That's maybe interesting. Oh, I have the Zahnbürste. Okay, let's go. And who has that done? The Feri, right? The Feri had the Zahnbürste done. You can't let it go. Right. Okay. Halt that card just close. That's much worse than I thought. Tigi, if you could win, I won't have won. Yeah. Your match ball now. Okay, first match ball now. Oh, I'm really afraid. Oh, what? No! Oh god, oh god. What so? Oh god, oh god. Oh god. You're ashamed. That's good. That's not so bad, right? Ah, das ist super! Auf die beiden halten! Und das ist, ist das digital nachbearbeitet oder nicht? Nö, das ist... Nö, ist nicht digital. Das ist reines UV-Licht. Ja gut, ich habe vielleicht ein bisschen heller gemacht, aber ich habe nichts an den Farben gemacht. Vielleicht ein bisschen Helligkeit angezogen, mehr nicht. Und Sandro hat mir geholfen. Ist jetzt auch da draußen. Sandro von Brother Sides. Sandro! Thank you! Sandro hat mir Photoshop-mäßig geholfen. So ein bisschen. Das ist nämlich beides Hannah. Von zwei verschiedenen Seiten. Richtig gut, Hannah. Ohne Scheiß. Gute Idee. Arsch! Okay, Basti, Alter. Erzähl du mal bitte aus deiner Perspektive, wie all das passiert ist. Bitte ganz kurz. Du hast mich gefragt, ob ich Bock auf Schlawer-Fotos habe. Und ich hatte dir vorher von der von der Lab-Historie erzählt. Und dann haben wir irgendwie gesagt, dann lass doch was mit meiner alten Rolle machen, die es leider nicht mehr gibt. Aber dann haben wir sie noch einmal ausgepackt für das Foto hier vor ein paar Tagen. Ich fand das so unfair. Nur weil ihr euch... Ansgar, pass auf, die Geschichte geht weiter so. Ich finde das so unfair. Finn und Antje holten alle ihre Energie raus und riefen den Ritter aus der Vergangenheit, um Herr der Lage zu werden. Ansgar von Schattenfeld. Schattenstürmer. Alter. Interessant, ne? Die Lichtspiele haben wir jetzt beide in 4 gesetzt. Alter, das ist lustig. Wir wussten... Das war nicht abgesprochen, ja. Das ist... Basti, schwer, ey. Nicht Hübel, Mann. Okay, vielleicht darfst du ein paar Informationen. Basti, vielen Dank auch für deine Geduld. Wir haben ein Light-Painting gemacht. Und ja, es ist natürlich zusammengesetzt. Das hier habe ich mit einem LED-Stick, Light-Stick gemacht. Und habe das eigentlich mit Stahlwolle vorgehabt. Das hat aber einfach nicht so gut funktioniert. Das lag hauptsächlich an den großen Flutern, die an der Location auf dieser Seite lagen. Aber mit dem LED-Stick hat das super funktioniert. Und meine Photoshop-Skills sind so ein bisschen. Aber ey, ich finde es immer noch super. Ey, Basti, vielen Dank dafür, Mann. Ohne Schleif. Wie zu wenig geschlafen. Ich habe noch eins von Basti mit dem Bier. Ich wollte... Wir stimmen ab, ne? Wir stimmen ab, ja. Wir haben nur noch 3 Minuten fürs Finale, Bro. Echt? Okay, dann ganz schnell. Wir müssen abstimmen. Timo bitte gerne... Zeig nochmal die Bilder, Timo. Timo bitte auch gerne reinschreiben. Ich weiß nicht, was Folgeprogramm ist. Vielleicht können wir noch ein bisschen überziehen. Sorry, hätte ich nicht gedacht. Okay, Chat ist voll dabei. Hammergeil, Chat. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr live dabei seid. Das ist der Hammer, wirklich. Wenn ich neutral wäre... Das ist echt der Hammer. Das ist der Hammer. Ey Sandro, well done. Zeig mal Sandro kurz. Das ist Sandro. Sandro hat mir geholfen. Ihr erinnert euch noch an Hyperlapse? Hier, take this. Thanks for the... Help. Also für alle, die jetzt voten, bitte einfach mit in die Berechnung mit reinsetzen. Ian hat das nicht alleine gemacht. Ich will es nur noch mal sagen. So, okay. Ja, ey, du hast auch Hilfe gehabt hier. Hast du das alleine bearbeitet? Ja. Echt? Ja. Ganz allein? Ja. Sieht man leider auch. So, wir gucken auf die Nachrichten. Mal gucken, wann schreibt der Timo Bornheim. Hoffentlich sind wir... Senden wir noch. Aber ich glaube ja. Es wird immer noch im Hintergrund. Wird noch gevotet. Ah, ich sehe, was du meinst. Die rändern. Timo schreibt. Ja, doch. Timo schreibt. Es ist der Ausgleich. Es ist der Win. Timo ist typing. Wahrscheinlich schreibt ihr jetzt, ihr seid schon lange offline. Nein! Yes! 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 Es ist wirklich... Okay, ich hatte am meisten Angst vor diesem Bild. Ich hatte am meisten Angst vor Basti und diesem Zeit-Tunnel. Oh Gott. Das ist hart. 2-2 oder was? Runde 5. Es steht 2-2. Wirklich jetzt? 2-2? Eigentlich müssten wir jetzt abmoderieren. Aber es steht 2-2. Wir machen uns einfach weiter. Timo, falls du mich abwürgen willst, ruf einfach an. Ich mache jetzt einfach weiter. Ja, los. Wo ist mein finales Bild? Shit, ich habe noch die anderen Fotos. Auch noch. Scheiße. Aber wo ist mein finales Bild? Das hatte ich extra da hingelegt. Ich habe es nicht. Wo ist dein finales Bild? Bro, ist das... Warte mal, wo ist dein finales Bild? Das ist meins. Wo ist dein finales Bild? Warte, 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 warte. Das ist auch meins. Wo ist denn dein Foto, Mann? Ich habe das da in die Ecke gelegt. Hä? Bjarne, weißt du, wo wir es hingelegt haben? Lieber Chat, schön, dass ihr dabei seid. Ich sage immer noch Dankeschön. Timo, geht es mit der Schulter eigentlich, klar? Ja? Das ist hart, ne? Wenn man lange der Flyhand machen muss. Ja, aber das ist böse. Timo, was ist bisher dein Liebling? Zeig mal mit der Kamera drauf, bitte. Ach was? Echt? Ach, Mann! Was hat er gezeigt? Ja, dein Findenbild. So, bist du bereit drauf? Ja, das Hochkant-Ding. Ja, genau. Sind wir auf der richtigen Kamera? Ja, das war ja so viel. Tada! Ah, du hast ihn gekriegt, oder? Ich habe ihn gekriegt. Kai Pflaume! Das ist Kai Pflaume. Geil, oder? Ah, du hast Kai Pflaume echt gekriegt. Kai Pflaume war lustigerweise hier hinten, direkt da vorne und hat für seinen Kanal Video gemacht mit Flying Uwe. Und dann sind wir dahin und Uwe kennen wir ja schon von der Flume oben, wie geht's? Und Kai war super nett, der war ganz locker. Dann dachtest du, die sind schon wieder weg, dann bist du gefahren. Und dann habe ich Kai aber noch da telefonieren sehen und er war super nett. Der war ganz locker und meinte, super Idee und hat mitgemacht. Ey, ich bin total happy. Also das ist ein Traum für mich. Kennst du seinen Kanal? Habe ihn noch nicht drauf geguckt, leider. Aber ich kenne Kai halt. Ne, guck dir mal seinen Kanal an. Ich habe neuen Respekt vor dem Mann, wirklich. Hammer. Der macht das unglaublich gut. Wie heißt er nochmal? Ehrenpflaume. Ey, Kai ist super tight. Also meine Fresse. Der ist heftig. Der steckt uns alle in die Tasche. Alle drei, die wir hier sind. Das war auch so richtig. Ich habe den da oben ohne gesehen. Sie sagten so, wow, krass, ist das Kai Pflaume? Okay, jetzt. Warte, das ist mir noch ein Satz an. Das finde ich gar nicht so cool an seinem Kanal. Also einfach nur, dass er so, dass er, wie diese Idee mit Nacht zum Museum. Der schafft jetzt die Leute, dass sie sich nicht öffnen. Der ist echt gut. Guck dir mal das an. Wirklich jetzt. Kai ist ein Koryphäe der deutschen ... Nee, aber der kann, der kann, der hat, der ist sehr ... Also, ja. Guck mal weg bitte, dre dich um. Ja, okay. Das ist also Ihrens letztes Bild und hier kommt meins. Das Finale. Niemand ist auf die Schliche gekommen, denn tief im Kerker saß eine Person, die für alles verantwortlich ist und die ganze Welt zum Schlabbern gebracht hatte. Oh, das ist ... Miri. Erkennst du? Miri. Erkennst du es? Miri. Ist das Miri? Das ist Miri. Echt jetzt? Das ist Miri. Das ist Miri. Okay, shit. Ja. Also, schwer zu erkennen auf jeden Fall. Krass. Miri von Game Two, ne? Ja, genau. Okay, ja, okay. Das ist natürlich typisch Miri, ey. Hat sie das selber gemacht? Alles. Ja, ne? Miri ist für alles verantwortlich. Miri ist die Bank, die im Hintergrund alle enchanted. Es ist so ... Alter, Miri. Okay, 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 okay. Miri, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Vertrauen. Irgendwie supergeil. Und auch das mit Wolf gemeinsam. Wir hatten zwei Stunden im Hangout der Hamburger Dungeon. Alles schnell gepackt. Ratzefatze rein. Wir waren Punkt zwei Stunden da. Da mussten auch Punkt Fritz immer raus sein wegen der Alarmanlage. Und diese beiden Bilder sind dabei entstanden. Miri hat parallel alles für sich aufgebaut. Ey, so geil, so professionell. Das war echt ... Das war toll. Das hat gut geklappt. Das muss heftig gewesen sein. Okay. Das sind die Bilder für Runde fünf. Und das ist auch der Entschluss. Also, kein Pflaume. Was? Ja. Lieber Chat, vote it. Start des Votes. Now. Bro, was ist los? Wie geht's dir? Ich möchte noch zwei Fotos zeigen, während der Chat ... Ja, kannst du machen. Kannst du mal bitte Feri rufen? Ja, kann ich machen. Willst du das machen, echt? Und Multitool auch. Willst du das machen? Hol mal Multitool schnell. Ja, klar. Bis zum nächsten Mal. Das ist für dich, für all deine Hilfe, Mann. Du, du, du bist ja so. Multi hat uns mit allem sehr, sehr viel geholfen, Mann. Immer gerne. Das ist für dich so. Benni ist auch da, ne? Benni! Benni hat das bearbeitet. Und ich wollte es dir einfach nur als Danke geben. Und nochmal Glück und schnacht wirklich und so. Immer gerne. Okay. Der Arschloch, ey. Was soll das, ey? Ich will nie wieder was mit dir zu tun haben, ey. Und das andere Foto, das ist etwas, was ich eigentlich auch in den Battle nehmen wollte. Fede, komm rein. 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 Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, aber dieses Foto ist deine Idee. Du hast mir die gesagt und ich fand sie mega stark. Wir zeigen das jetzt einfach mal. Und vielleicht kannst du das erklären, was wir uns dabei gedacht haben. Oder du dir dabei gedacht hast. Im Grunde genommen ist es, es geht ja auch um ein gutes Projekt und ein bisschen Schlabbern für Metal-Helden. Man muss schon im Internet in der Realität so viel Scheiße anhören, die sollte man einfach wegschlabbern und nicht auf die Idioten hören. Das ist die Aussage von dem Bild. Ja, das finde ich sehr schön. Also mich hat es wirklich nachdenklich gemacht, ne? Das sind alles Worte, die du gehört hast, nicht wahr? Genau, die ich schon mal gehört habe. Das sind alles Worte, die jemand zu dir gesagt hat. Ja. Und ich weiß nicht, es hat in mir was berührt, weil ich kann das nachfühlen auf eine gewisse Weise und ich finde es krass, dass das, also es ist schwer, das loszuschütteln. Das Problem ist aber auch, was Leute auf dich projizieren, das kannst du nicht wirklich wegschütteln. Das ist so ein bisschen das so. Und das Einzige, was hilft, ist einfach, wenn man besser miteinander umgeht und sich vielleicht nicht so viel Hass um die Ohren haut. Also ich finde das ein sehr, sehr starkes Bild. Und das Geile daran ist, am Ende des Tages ist es eine Projektion von anderem. Es kommt eigentlich nur darauf an, was wir selber von uns halten und wir sollten besser mit uns umgehen. Ja. Geil. Vielen Dank. Vielen Dank, Monet. Hammer Idee. Das ist ein besonderes Foto so, fand ich. Ja. Vielleicht auch an all die, die irgendwie jetzt gerade nach Feri irgendwie selber irgendwie, keine Ahnung, wütend sind etc. Wenn man schlabbert, dann kann man schlecht Leute beschimpfen. Und vielleicht ist das vielleicht auch die Message, die wir auch mitgeben wollen. Wir wollen ein professionelles Fotobuch rausbringen. Das ist kein Scheiß. Wir wissen nicht genau, wie es geht. Wir haben viel telefoniert, viel vorbereitet, sind nicht fertig geworden, wie für heute mit der Sendung auch. Der Traum ist es, schlabbern für eine bessere Welt ein Fotobuch rauszubringen. Komplett clean, super, alles transparent, es soll fair und nachhaltig produziert werden. Und dann irgendwann, wenn es dann fertig ist, wollen wir ein Buch rausbringen, was dann in den Verkauf geht, zu einem fairen Preis. Und der gesamte Erlös, exklusive der fairen Produktion, geht einfach an die Deutsche Direktionsliga. Weil da sind die Leute, die seit immer schon irgendwie versuchen, Mental Health voranzubringen. Und gerade nach dem Jahr Pandemie. Ey, ich glaube, es ist wirklich okay, mal ab und zu zu schlabbern, Alter. Wahnsinn. Ah, krass, Bro. Krass, krass, Mann. Also vielleicht jetzt nochmal dann, lieber Chat, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch gevotet hattet oder nicht. Wir lassen die Bilder jetzt auch einfach mal hängen. Oh ja, jetzt kommt die Entscheidung, ne? Jetzt kommt die Entscheidung, Bro. Okay, okay. Krass, 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 krass. Kannst du noch, Timo? Okay. Wir gucken drauf, wir warten auf den Kollegen, was er schreibt. Das ist die Entscheidung. Wer gewinnt Camera Olympics Episode 4 mit dem Thema Schlabberfotos? Ihr oder nicht? Runde 5. Miri ist magisch. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, ja, ja. Ey, sorry Kai, es ist Miri. Wir kommen nicht dagegen an. Niemand kommt gegen Miri an. Ja, Mann, Alter, Bro. Mach mal, ey. Ey, das hat verdammt gut geklappt, ey. Das hast du wohl ausgeglichen jetzt, ne? Habe ich wohl ausgeglichen. 2-2. Ich würde sagen, wir hören auf. Dankeschön bei der Sonic und der Drücke für das Vertrauen. Wir hören einfach auf. Es ist für mich okay. Wir können unentschieden enden. Es muss nicht immer Kampf und Rehabilität sein. Chat, einmal an euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend dabei wart. Dass ihr, ich glaube, viel gevotet habt. Dass ihr viel für diese Schlabberfotos gestimmt habt. Dass ihr euch die Leute angeguckt habt, die Bock auf diese Idee hatten, sich einmal selbst zu schlabbern. Magst du noch einmal die Fotos ein bisschen abgeben? Genau. Das ist auch einfach mutig. Mut zur Hässlichkeit. Es ist gegen den Schönheitstrend. Es ist einfach nur sich selbst mutig zeigen. Aber es ist auch nicht nur gegen etwas sein. Gegen den Schönheitstrend. Es ist auch etwas für. Für Lockermachen. Für den Moment. Vielleicht einfach mal auch nur Biomasse sein. Ich zoll einfach den Mut, dass die Leute sich so zeigen. Es ist fantastisch, Bro. Okay Leute, das war toll. Vielen Dank für alles. Ohne Musik, ohne Beitrag. Wir haben nicht eine Sekunde von dem geschnittenen gezweigt. VOD kommt, wird alles da drin sein. Wenn ihr schlabbert, achtet darauf, nicht zu doll zu schlabbern. Mein Doktor, den ich schlabbern lassen wollte, der war leider die ganze Zeit im OP-Saal. Kein Scheiß. Ja, okay. Wir wissen, dass man Kopfschmerzen verkriegen kann, wenn man es zu übertreibt. Wenn man es zu krass macht. Ein bisschen vorsichtig sein beim Nachmachen. Ja, gut. Jetzt aber Schluss, Mann. Tschüss. 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 In Anmoderation brauchen wir alles nicht. Tommy, Joris, wie geht's euch? Uns ist warm. Ja, sehr warm, aber ansonsten gut. Könnt ihr das zusammenfassen, was gleich passiert, was wir vorhaben? Wir sollen zusammenfassen, was ihr vorhabt? Wir versuchen jetzt, ein Schlabberfoto herzustellen. Das heißt, das ist quasi mit der Kamera dann einen schnellen Shutter-Speed eingestellt. Genau. Und dann versuchen wir halt, ein interessantes Foto herzustellen. Von mir. Dein Stiefvater muss optimal abgebildet werden. Und zwar optimal in dem Sinne, dass ich nicht sehr schön aussehe. Ja. Ja, also, man kann leicht schlabbern, aber man kann auch ein bisschen ausatmen. Aber wenn du merkst, okay, mach's nicht zu lang, wollte ich nur sagen. Okay. Machst du Serienaufnahmen? Ja, genau, ich mach Serienaufnahmen. Okay. So. Jetzt müsste das hier das Mikro sein. Hört ihr mich? Ja. Super. Okay. Dann noch eine Frage. Ich glaub, du kennst dich mit Medien ganz gut aus, ne? Dammit, ja. Wir streamen ja hier. Das war ein Gag, man. Achso. Entschuldigung. Genau, ich muss mich hinknien, weil wenn ich stehen würde, wäre ich quasi zu groß. Dann würden wir oben rausschießen. Ja, alles gut. Okay. Wir gehen das gemeinsam durch. Tatsächlich, beim Schlabbern kannst du entscheiden, ob du die Headsets drauf behalten willst. Ich würde dir empfehlen, sie abzunehmen. Nehmen sie ab. Dann machen wir doch jetzt erstmal einen Test auch mit der Nebel. Und ich würde gerne eine Gitarre in die Hand nehmen. Ist doch ein Nebel einer? Natürlich. Na bitte. Alter. Nebelschlabberfoto. Geil. Entschuldigung. Das wollten wir ausprobieren. Der macht das einfach. Mach ihn einfach mal an. Yes. Ich freue mich. Wow. Sieht jetzt schon geil aus, Tobi. Sorry. Wir haben vorher unserem Nachbarn, dem Elektriker, dem Herrn Schakel, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, Bescheid gesagt, dass wenn es hier anfängt rauszunebeln und er Alarm bekommt hier auf dem Dorf, dass er seinen Kollegen sagen soll, es ist alles gut, es ist wieder nur der Krabbeiß. So, dann setze ich jetzt mal den Kopfhörer ab, Joris, und du nebelst mal lustig. Ja. Wir machen mal einen ersten Test. Yes. Yes. Wow. Super. Ach, Tobi, aufpassen. Lebst du? Ja. Ah. Uh. Schau mal, ich glaube, es wäre schön, Joris, wenn wir im Vordergrund das Ding hätten, dass das ein bisschen Perspektive gibt. Vielleicht gehst du noch einen Hauch weiter weg, dass du nicht den, also dass du das nicht abschneidest, weißt du, dass wir nachträglich katrieren können. Das ist jetzt schon sehr neblig in meinem Studio. In meinem Dach. Kannst du das mal zeigen? Ja. Alles klar. Alter. Ja. Okay. Okay. Das ist schon ganz cool, oder? Ja. Wir sind fertig. Dankeschön. Ich hab noch, weil wir jetzt eh gerade alles aufgebracht haben, ich hab noch ne Wassersprühflasche. Lass uns das als letztes mal machen. Aber nur, wenn dein Gehirn noch mitmacht, Tommi, ne? Mein Gehirn macht noch mit. Okay. Los. Super. Okay. Ich glaub, wir haben's. Okay. Fantastisch. Wie war's für dich jetzt? Also, es war sehr schön. Also, beim Aufnehmen sieht man selber noch nicht so genau, wie krass das dann aussieht. Aber wenn man sich dann die Fotos im Nachhinein anschaut, das ist sehr gut. Hat auch Spaß gemacht. Hast du Tommi schon mal so fotografiert? Nein, noch nicht. Okay fetisch. excitisch. Let's go, Ende está mal. ich versuche es auch mal zu zeigen also hier unten links seht ihr den shutter damit kann man heller machen oder dunkler hier mache ich dunkler und hier mache ich heller dann daneben ist die blende die ist jetzt gerade auf blende 13 auch mit der kann ich heller machen oder dunkler dasselbe ist mit der iso die ist der dritte wert daneben rechts so mit der kann man auch wieder heller und dunkler machen nur die haben halt verschiedene nebenwirkungen sozusagen ich könnte jetzt auch beispielsweise die blende ganz aufmachen um da wieder dunkler zu machen könnte ich jetzt mit dem shutter runter und das hat einen effekt hier ist noch mal das ursprüngliche setting mit blende 13 ihr seht den unterschied hier ist alles scharf während hier ein ganz kleiner schärfen bereich da ist nur kurz davor oder dahinter wird es schon unscharf das verbinden viele mit diesem edlen filmischen look dass der nebeneffekt sozusagen bei der blende man bestimmt wie klein der schärfen bereich ist macht was ihr wollt ach so sekunde ich bin noch nicht ganz fertig okay ich schlau ein bisschen in die kamera macht ihr euer ding blende 14 ist das jetzt geht's noch mädels blende 3 5 6,3 13 16 blende 16 blende 4 1 6 jetzt hör doch mal auf ey blende 1 4 sehr gut so und aber weiter mit dem tutorial kommen wir zum shutter ich hole mal jan und jannik ran ich glaub ich hab den song schon mal irgendwo genutzt ist auch irgendwie zu klischeehaft ich probier mal einen anderen das ist sehr viel besser sind auch direkt freundlicher obwohl sie so genau genau gleich spielen eigentlich das ist dieselbe schauspiel aber wir lassen jan mal eben über die brücke spazieren jetzt danke mit dem shutter steuert man diesen motion wieder wenn das verwischt ist so hier sieht man das ich bin scharf weil ich mich bewege aber mein finger ist aber wenn man sein motiv scharf haben will muss man hier eine sehr kurze verschlusszeit wählen also ich fotografiere mal mit ein zehntel schatten ihr seht erst nicht scharf alles was ich bewegt hat hat motion blöhr und und jetzt versuchen wir mal ein 50 stel das schon weniger weniger verschwommen aber noch nicht scharf so dass ein hundertstel und das ist ein zweihundertstel wir sehen fast scharf nur minimal an den händen zum beispiel da sieht man es aber würde jetzt laufen also hier da sehen wir der der blöhr ist noch stärker er bewegt sich ja ich habe die beiden mal eine kleine kampfchoreo sich ausdenken gelassen hier habe ich die beiden mal mit einem 25 stel alles noch sehr verschwommen und hier mal ein viertausendstel das reicht schlaber foto bewegungen werden auch sehr schnell sein wir sollten anstatt davon vielleicht ein tausendstel oder höher nehmen so und jetzt bleibt noch iso tut mir leid ich schreibe immer so ein bisschen ab also iso macht das bild nur dunkler oder heller ist es wie so ein masterpegler hat keine bestimmten nebeneffekte man muss halt nur vorsichtig sein irgendwann wird das bild rausche ich dann sieht man so eine körnung und da kommt so ein grain oder neues kommt kommt da rein so 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 Soll ich es wirklich machen? Ja.